Hinter uns ist der Neusiedlersee. Habt ihr die Ahnung vom Boden? Nicht mehr. Habt ihr schon mal ein Schiff in einer Flasche gesehen? Ja. Ja, sowas machen wir es nämlich. Halt mal ganz kurz. Alles was man braucht ist eine Flasche, eine Leere und ein Schiff. Also wenn man kein Schiff hat, dann reicht auch so ein Kronkorken. Gehen wir ganz kurz her. Dann kannst du mit dem Zeigefinger drüber streichen hier am Boden. Falltüren, Spiegel, gar nichts. Du kannst sehen, er ist wirklich drinnen. Nimm mal die Flasche und schau mal nach. Der Kronkorken ist wirklich in der Flasche drinnen. Das geht übrigens nicht nur mit Kronkorken. Da gehen noch größere Sachen rein. Habt ihr auch irgendwas dabei? Kannst du mal reinpaschen, was ihr habt? Schlüssel ist super. Handy? Handy ist noch besser. Mal schauen, du brauchst keine Angst haben, dein Handy kann überhaupt nichts passieren. Hast du schon lange? Nein, ja. Warte. Keine Angst, das Handy ist ganz sicher. Oh Gott. Du in der Flasche? Kannst du sehen? Ist es wirklich drinnen? Ja. Kannst du mich schreiben? Ist da ein Handy? Ja. Ist es in der Flasche drinnen? Es läutet aus. Es läutet. Ich glaube, das ist für dich gegeben. Wie arg. Hallo? Weißt du was? Nein, ich höre gar nicht. Hallo? Ich habe ein Handy in der Flasche. Hallo? Also? Ja. Ich sehe alle das. Alles? Warum? Hm. Na es nicht. Nein.